Hahahaha Ja, ja Hahahaha 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 Moin Leute, schön dass ihr wieder eingeschaltet habt Bei Bako und seine Kuh Und wir haben heute alles mit dabei Luca, DJ Vip, General CWR B4, Menelik Friedrich, Resofori Komana Kegs, F4 Martina und Potricks Ist irgendwie AFK Und wir werden hier gegen ein Dreierteam spielen A4 hat ein Team Ich hab ein Team und Komana Kegs Vier, alle vier Leute Außer Komana Kegs Weil Dings weg ist Naja, verlassen Luca Naja, okay, jetzt sind wir drei Gut, und wir dürfen nur mit der Pistole schießen Und wir müssen hier am Flughafen rumfahren Und die anderen Leute eliminieren Von den Autos Die Verlierer dürfen nicht wieder herkommen So, wir dürfen anfangen So, jeder gegen jeden Also, drei Teams So, wie lange halten wir durch? Oh, schnell weg Oh, A4 Hat unser Ein von unseren Team erledigt Oder? Nur noch General CWR ist drin Scheiße So ein Mist Oh Oh, oh, oh Ist sehr gefährlich Drei gegen drei Oh, Komana Kegs Team Oh, gefährlich Schieß Komana Äh, nee, äh General, du musst gut werden Ich kann nicht schießen Doch, jetzt Ja, wir kriegen den Komm Wir müssen immer in der Fahrt Wir müssen immer in der Fahrt Das ist schwierig Oh, A4 kommt auf Jetzt Das ist gar nicht so einfach Da sind noch vier Leute drin Kann auch nicht mal Generell Ich wurde auch Ähm Wurde eigentlich Generell auch getötet Habe ich nicht so schnell gucken können Ha, A4 ist tot So, wir fahren erstmal los Noch nicht schießen Da ist ja noch so einer Egal, wir fahren einfach So, los geht's Nur schießen Nur Pistole Nur Pistole Ist egal welches Kaliber Achso, ah, okay, ja, verstehe Ah, deswegen Ja, weil Friedrich Motor Club verlassen hat Deswegen kommen die Leute Müssen wir Müssen vorsichtig sein Müssen wir Der überdreht sich Der Reifen War unser Auto schon kaputt Voll gelöchert Wir sind hinter die Ja, ich habe Bakura hat Lamartina Das ist cool Der fährt einfach nur geradeaus Jetzt haben wir die Chance Scheiße, wir sind zu nah Ne, die sind alle tot Friedrich, die sind hinter dir her Die Söldner Weil du verlassen hast Sowas macht man nicht Da hauen die ab Da gleich hinterher General hat jemand Super, General Das ist ja so, das macht Spaß Lass uns den platt machen Ne Der ist schiss sicher Ja nichts Elvis, Pili Wir haben keine Zeit für euch Wir haben zu tun Wir haben Aufträge Ah, komm Nein, ich wurde getötet. Oh, General auch. So, das war's, meine lieben Zuschauer. Danke, dass ihr eingeklickt habt. Hat ein bisschen lang gedauert, dieses Ende-Finale hier. Warum mal. Bis zum nächsten Mal. Einfach nur, schau, Leute. Ciao. Hallo Zuschauer, schön, dass du eingeschaltet hast. Natürlich kommt jeden Tag eine GTA Online Folge raus mit Bakura und seiner Kuh. Und wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich das sehr freuen, wenn du einen Daumen nach oben gibst. Und wenn du neu bist auf meinem Kanal und auch gerne dabei sein möchtest, dann schau in der Videobeschreibung und schau dir das PSN-Namen und Social Club-Namen-Video an und das Inforegel-Video, wenn man dabei sein möchte. Ja, wenn man das Video nicht anguckt, die beiden Videos, dann kann man auch nicht dabei sein. Dann nehme ich keine Anfragen an, da es genau erklärt, was man machen muss. Und so welche Lappen, Leute, wollen wir auch gar nicht erst haben. Ja, dann habe ich noch ein Video. So kommt man besser in der Lobby rein. Das kannst du ja auch noch anschauen, wenn du nicht weißt, wie man reinkommt. Und dann kannst du auch noch das Bakura-Styling-Video anschauen, wenn wir einen Familienausflug machen mit der Familie. Alle sehen so aus wie Bakura. Ja, und wenn mal jemand gewonnen hat in Minecraft oder in GTA, die Gewinner stehen in der Videobeschreibung. Dann habe ich noch meinen Vlog-Kanal und das 1000 Abonnenten-Spezial. Schau dir das an, da werde ich meinen Lachflash so richtig ausleben. Und mehr Infos gibt es auf Facebook und Twitter. Und auf Facebook bin ich sehr aktiv, da poste ich auch mal andere Dinge oder Sachen. Und auf Twitch sind wir auch noch aktiv. Und wir haben auch noch GTA-5-Filme von Teil 1, 2, 3 und so weiter. So, und wenn du mal Fragen hast oder Fun-Fragen, was dich so interessiert oder mich überfordern möchtest mit Fun-Fragen, dann kannst du es gerne tun. Da brauchst du einfach nur Hashtag DeadPictures schreiben und dann deine Fragen untereinander gegliedert. Ja, das war es sonst von dieser Folge. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Jetzt kannst du abschalten. Ciao, ciao.